2003 schlug eine Parodie im Internet ein, die eine Lebensmittelrevolution auslösen sollte. Über ein Jahrzehnt später ist ihre Botschaft dringlicher denn je. Hier bitte, Leo. Psst. Leo. Wer bist du denn? Und woher weißt du, wie ich heiße? Ich bin Mufois. Und ich weiß sehr viel über dich. Hast du schon mal von der Meetrix gehört? Der Meetrix? Möchtest du erfahren, was das ist? Na gut. Die Meetrix ist überall um dich herum. Sie ist das Märchen, dass wir uns darüber erzählen, wo unsere Fleisch- und Tierprodukte herkommen. Dieser kleine Bauernhof hier ist eine Illusion. Nimm die blaue Pille und bleibe in der Illusion. Nimm die rote Pille und ich zeige dir die Wahrheit, Leo. Willkommen in der Wirklichkeit. Wow. Was ist denn das für ein schrecklicher Ort? Das hier ist eine Tierfabrik, Leo. Aus solchen Betrieben stammen die meisten Ei-, Milch- und Fleischprodukte. Wie konnte das denn passieren? Ich zeige es dir. Mitte des 20. Jahrhunderts beginnen gierige Agrarkonzerne, damit traditionelle bäuerliche Familienbetriebe auf Kosten von Tier und Mensch umzustrukturieren, um ihre Profite zu maximieren. Die Massentierhaltung wird geboren. Tiere werden auf engstem Raum zusammengepfercht. Die meisten sehen nie Sonnenlicht, betreten nie Erdboden, atmen nie frische Luft. Viele können sich nicht einmal umdrehen. Diese Zustände machen die Tiere aggressiv und krank. Um das zu verhindern, nimmt die Konzernmaschinerie systematische Verstümmelungen vor. Hühnern werden etwa die Schnäbel gekürzt. Außerdem mischt man regelmäßig Antibiotika ins Futter, nur um die armen Kreaturen am Leben zu erhalten. Durch den Antibiotika-Missbrauch entstehen superresistente Stämme von Krankheitserregern. Wir nähern uns mit jedem Tag einer Epidemie, die nicht zu stoppen sein wird. Was stinkt hier denn so? Tausende Todden von Fäkalien. Die verschmutzen die Luft und das Grundwasser. Deswegen steigen in der Nähe solcher Tierfabriken die entsprechenden Krankheitsraten. Also, also es stinkt nach... Zudem zerstören Tierfabriken seit Jahrzehnten ländliche Gemeinden und behandeln ihre Arbeiter miserabel. Seit 1950 sind mehr als zwei Millionen kleine Familienbetriebe verschwunden. Wenn es in dem Tempo weitergeht, gibt es bald keine unabhängigen Kleinbauern mehr. Das ist die Mitrix, Leo. Das ist die Lüge, die wir uns darüber auftischen, wo unser Essen herkommt. Aber es ist nicht zu spät. Es regt sich Widerstand. Da bin ich doch dabei! Aber wie halten wir sie auf, Mufoys? Wir verbreiten die Wahrheit. Aber die wahre Macht liegt bei euch, bei den Konsumenten. Unterstützt keine Massentierhaltung. In zehn Jahren hat sich viel verändert, oder? Ja, das stimmt. Millionen Menschen sind aufgewacht. Und haben verlangt, dass sich auf ihren Tellern etwas ändert. Seitdem gibt es überall Öko-Bauernhöfe und alternative Lebensmittelangebote. Na toll! Problem gelöst! Nicht so vorschnell. Hä? Die Maschinerie rattert weiter. Der Widerstand ist zwar gewachsen, aber es gibt auch immer mehr Tierfabriken. Und die setzen sich massiv zur Wehr, um die Illusion aufrecht zu erhalten. Sie wollen Gesetze durchdrücken, die uns verbieten, sie an den Pranger zu stellen. Boah! Jetzt reicht es aber! Na los, lasst uns allen sagen, was wir machen können! Unterstützt keine Massentierhaltung. Es gibt so viele Alternativen. Mit dem Eat Well Guide findet ihr nachhaltige Lebensmittelangebote ganz in eurer Nähe. Erzählt all euren Bekannten davon. Wir haben jetzt die Werkzeuge dafür, die Lüge ein für alle Mal zu entlarven. Gagag! Gemeinsam können wir die Zukunft unseres Essens verändern. Der Widerstand braucht euch! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.